Und er hat das Deo vergessen. Ich weiß nicht, ob er das Deo vergessen hat. Eigentlich hat er ja drei oder vier Deos da abgegeben. Die Katze ist ja geil. Klaus hat sich auch bald nicht mehr gemeldet, ne? Ja, ist diese. Wo bin ich denn geschlagen? Ah, ich will langsam. Der Eik ist vorbei. Jetzt musst du ihn schwenken, nach links.